Ach du Schande. Kombo-Attacken und so weiter. Äh, ja, ähm, Feuerhaarweih auf Schneemann. Kombo auf Schneemann, also Omos. Jetzt greift er an. Okay. Ach du Schande, das müssen wir jetzt hier taktisch herangehen. Kombo. Mach alle. Bin ein zweites Opfer. Äh, die Spinner. Bin das dritte Opfer. Bin das vierte Opfer. Macht's alle. Es hat dir kaum was gebracht. Ach du Schande. Äh, Magie. Wir leiden Verbündeten. Wir leiden Verbündeten. Äh, ja hier. Der ist doch schon tot. Was machst du denn? Äh. Kombo mit ihm auf. Äh, dann sind wir tot. Ach du Schande. Okay, jetzt habe ich noch den einen Angriff. Drei Nebenspunkte hat er noch. Jetzt haben wir verloren, oder was? Ich kann nicht mehr. Ich kann nur noch fliehen. Aber, aber, aber Lille. Ach du Schreck. Nie erfahren. Wie soll denn das was werden? Ich stelle das doch gar nicht. Ich spiele das jetzt weiter. Meine Fresse. Das ist jetzt gerade so. Ich überziehe jetzt den Stream. Ach du Kacke. Jetzt müssen wir, ja jetzt müssen wir halt taktisch vorgehen. Joa, hat da jemand einen Plan? Obwohl wir das Ganze taktisch angehen. Oh, weia. Schauf habe ich, wenn ich noch habe. Früher habe ich. Ich habe es jetzt schon zweimal falsch gemacht. Okay. Hm. Ach du Schande. Skipp. Dr. Doreen. Ich kann nicht kaum verstehen. Ich kann nicht kaum verstehen. Ja, ja, ich kann nicht kaum verstehen. Mach los. So, ähm. Kombo. Puh. Ja. Ist das wichtig, wen wir hier angreifen? Oder wo ist es? Äh, ja. Ja. Ach du Schander. Ein Verbündeten. Äh. Schon beschützt. Ähm. Die vorne müssten wir mal schützen. Ähm. Feierarbeit ist schon beschützt. Dann ihn hier noch. Und. Und ihn. Ich bin schützt ihre Verbündeten. Ach du Kacke. Aber zwei sind jetzt von mir tot, oder? Angriff. Wie soll denn das was werden? Okay. Feuerarbeit. Kombo. Wähle ein Opfer. Flaschengeist. Wähle das zweite Opfer. Spinner. Wähle das dritte Opfer. Wähle das vierte Opfer. Wähle das fünfte Opfer. Äh, ja. Ich verstehe das nicht. Ich verstehe das nicht. Ey, ich verstehe das nicht. Man sucht. Ähm. Okay. Ähm. Den NPC schlagen. Kombo. Ding habe er auswählen. Okay. Ach, die Kombo geht gar nicht mehr. Da ein Angriff. Jetzt bringt ja hier gar nichts. Wir kommen hier gar nichts vor. Nicht einen Punkt. Wir ziehen den nicht. Wir ziehen den keine Punkte ab. Ach so, jetzt kann ich da angreifen, oder was? Soll ich die Runde überlegen? Oder wie? Oder was? Oder was? Oder wann? Seid ihr genauso verwirrt wie ich? Zum Feuer habe ich? Kombo mit. Wählen das Opfer. Okay, das bringt doch was. Das ist noch fünf Lebenspunkte. Aber die beiden sind tot. Und der kann jetzt mit dem kollaborieren. Wie das Opfer. Also Wunken. Dann müssen wir den hier angreifen. Und das zweite Opfer. Der Drachen. Und dritte Opfer. Die hier. Das bringt gar nichts. Und sowas von gar nichts. Das ganze Team ist tot. Das geht nicht mehr. Hier, Kombo. Können wir doch jetzt hier. Den hier. Na, schöne Scheiße. Mein Team ist wieder tot. Aber nun. Ist nur noch die Flucht möglich. Aber, aber Lilly. Du gibst auf? Ach Gott. Ich geb gleich wirklich auf. Nie erwartet. Ist gleich 19.30. Ach Mann. Ich weiß doch auch nicht. Ich bin planlos. Ich hab da keinen Schimmer. Der Sack der Harwell. Den setze ich da als erstes ein. Der Ring hier. Am effektivsten was. Der Feuer Harwell. Logischerweise. Angriff auf Schneemann. Versuchen wir es mal so. Das zieht ihm nur ein KP. Äh, das ist zwei KP. Zwei KP zu dir. Das ist auch. Zwei Nilspunkte. Und der Stilut. Worte Harwell auf. Auf sie hier einsetzen. Justizia. 13 Nilspunkte. Sehr schön. Wer selber Harwell. Das war glaube ich der hier. Muss jeder sein. Angreifen. Schaf Harwell. Das war glaube ich der hier. Ach die Schande. Alkohol Harwell auf den hier. Äh, Lügen Harwell auf. Vendigo. Egal. Sind wir tot. Ah, jetzt noch ne Runde. Feuer Harwell auf. Jetzt sollten wir mal Magie einsetzen. Vielleicht können wir mal Magie. Feuer Magie auf die man einsetzen kann. Da bringt das ein bisschen mehr was. Rote Harwell. Magie. Ist auf den richtigen. Das war das hier. Aha. Ich verstehe nicht was hier passiert. Äh, Magie auf. Äh, Verbundeten. Kombo. Äh, ich habe keinen Plan. Was mache ich eigentlich? Angriff. Magie. Nicht lügen, Harwell. Das ist... Äh, ja. Ach, ich klicke hier gar nicht mehr durch. Der muss doch jetzt Magie auf den einsetzen. Magie, Harwell. Äh. Und was mache ich hier? Äh, ich klicke jetzt einfach nur noch irgendwas. Jetzt sind sie alle tot. Ja, neuer Runde. Ähm. Ach so, die sieben Lebenspunkte haben wir noch. Das geht doch nicht. Die hat auch. Und ist es. Ich verstehe. Okay, man kann die vielleicht noch einsetzen. Wenn die... Aber wie? Jetzt ist der nur blockiert für eine Runde. Okay, der kann jetzt mit dem... Okay, der eine ist auch schon geschwächt. Vielleicht kriegen wir das doch noch hin. Mit Kombi. Okay, Angriff. Ähm. Was bringt das hier alles? Okay. Der ist gleich tot. Die hat... Der ist noch am stärksten. Komm, wir mit Feuer, Harwell. Na komm. Über das zweite Opfer. Das dritte Opfer. Das vierte Opfer. Das fünfte Opfer. Ja. Ähm. Drei Lebenspunkte. Vielleicht kriegen wir einen von denen nur noch. Kaputt. Okay, der hat noch ein Lebenspunkt. Kann aber nicht Kombo. Angriff. Ein Lebenspunkt. Sehr gut. Vielleicht kriegen wir den einen doch noch besiegt. Angriff. Sehr gut. Der eine ist tot. Einen haben wir getötet. Das reicht mir. Ähm. Ja, die anderen haben noch Lebenspunkte. Der hat noch zwölf. Kombo. Auf. Spinner. Der hat auch noch fünf Lebenspunkte. Der hat meinen Lebenspunkt. Puh. Ähm. Aber was jetzt? Ich kann keine HW-Figur mehr auswählen. Weil wir blockiert sind oder was? Ach, Mann. Jetzt muss ich wieder fliehen oder was? Guck mal ganz kurz weg. Du hast gewonnen. Jippie. Nein, das kann nicht sein. Du verfluchter Haas. Du solltest doch aufpassen, dass sie sich an die Regeln hält. Sie kann hier doch nicht einfach tun und lassen, was sie will. Ich hab gewonnen. Na klar. Andale. Aber wir brauchen Regeln. Sonst. 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 Ja. Ja. Ja gut, das wurde mir jetzt zum Ende noch ein wenig zu viel. War das jetzt schon das Finale? Haben wir es schon geschafft? Untertitelung des ZDF, 2020